hallo meine sehr verehrten damen und herren und willkommen zu einer weiteren folge von minecraft namenlos ja bevor wir heute mit der farming station weitermachen habe ich mir gedacht wir graden unseren simple alloy smelter mal ab also wir machen ein upgrade zu dem und dazu brauchen wir den also da das upgrade ist er dieser genau dazu brauchen wir energetik und das machen wir im simple element nämlich so redstone gold und kloster das gut also ich hab da ja schon ja gut wenn wir das schon haben dann nichts leichter als das das ist natürlich super denn dann können wir einfach so machen zack ha so einmal zweimal dann der leute zack da brauchen wir dieses hier haben wir das iron nugget are you kidding me das daran kann sie jetzt nicht scheitern ok meinem system ist halt wirklich um voll gerade anscheinend gut gut jetzt aber zack 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 jetzt keine mehr das ist bitter das ist bitter na dann müssen wir ganz schnell mal den digital meiner drauf ansetzen dass er uns ein bisschen eisen holt schauen wir mal schnell ich hoffe der ist jetzt nicht verschwunden letztes mal war er noch da bitte sei da doch auf bitte bitte ja danke schauen wir mal vielleicht habe ich eh schon das iron reingegeben als filter mal nicht aber schauen wir mal so viel hatten der alles klar stop reset konfig new or deckt ihren also anders or iron zack jawoll das will ich haben und bitte ganz nach oben passt start jetzt hat er wieder viel zu meinen und ich glaube ich stelle mal kurz um ich stelle bei mir in die nähe weil ich fürchte der junk ist nie geladen und dadurch macht er nicht wirklich weiter deswegen stelle ich ihn mal bei mir in der nähe auf das sollte ja noch genug eisen da sein und der holt uns dann ein bisschen eisen während wir inzwischen die anderen schritte machen die wir für den alloy smelter brauchen denn wir müssen uns ja auch noch so ein powder her stellen aber also so ein organic green da aber das ist nicht so schwer wie es klingt da habe ich schon plan wie wir das machen so jetzt noch das windrad daneben so und schon sollte er wieder laufen jawohl 45 gut die fünf kommen wir auf jeden fall mal durch schmelzen lassen also durch pulverisieren und schmelzen dann haben wir wieder ein bisschen eisen wenigstens aber wir könnten da ein bisschen was zurück kraften fällt mir gerade ein bisschen was zurück ein eisen noch ein eisen noch ein eisen so so ein bisschen panda jetzt brauchen wir natürlich noch ja gut die nehmen wir direkt mal so die kann ich wieder rein legen aber ist ja nicht so schlimm hier schmilzt das ja eh relativ schnell durch und jetzt können wir weitermachen mit unserem hier haben wir gut genau das ist das wovon ich gesprochen habe dieses pulver hier müssen wir noch herstellen dazu brauchen wir den organic green die und dafür brauche ich dieses eine links die bums die links da ja ihr wisst jetzt ganz genau was ich meine und zwar brauche ich dieses hier clippings und trimmings das was ich ja gott sei dank schon habe clippings und trimmings habe ich es leim habe ich auch noch genug genau stellen wir mal ein bisschen pulver hin her so und so jawohl das funktioniert und inzwischen können wir die unsere farming nein unser slice and spice können wir fertig stellen fertig stellen slice slice and spice hier haben wir es gut dafür sollte eigentlich alles da sein nein natürlich nicht ich muss mir angewöhnen dass ich das oben eingeben slice and spice was will uns die axt aber die axt einmal die schere nichts leichter als das und wir haben unser slice and spice haben wir noch ein cable eigentlich cable ja haben wir noch diese hier ein kabel haben wir noch da müssen wir uns auch bald neue herstellen kabel kabel so zack basic universal kabel können wir uns herstellen jawohl können wir uns direkt herstellen 9 sollten für das erste mal genügen und jetzt platzieren wir unser slice and spice hier einfach dahinter zack und stellen wir hier hin jawohl ach das braucht so ein kapazität ok capacitator ähm capacitator ähm können wir den direkt herstellen nein uns fehlen die golden nuggets das sollte aber kein problem sein jetzt können wir ihn herstellen ui und wir müssen uns ein neues grains of infinity holen so den können wir reingeben jetzt brauchen wir noch schere und axt wieder ähm schere kann man die nehmen und die axt kann man meine nehmen ob sie jetzt brauchen wir das und das und wir brauchen aber auch noch so wie heißt das denn jetzt farming station und hier brauchen wir dieses dazu fehlt uns silikon redstone da haben wir haben wir auf jeden fall und zombie kopf habe ich den zombie kopf jetzt das haben wir dann brauchen wir noch redstone im inventar redstone jawohl und silikon genau das was silikon haben wir auch noch genug jawohl dann können wir uns das direkt mal herstellen und zwar da farming station da brauchen wir dieses hier zack und schon wird uns das hergestellt jawoll gut das haben wir auch fertig gestellt jetzt brauchen wir den alloy smelter zum upgrade brauchen wir einmal dieses hier das sollte möglich sein wenn hier das eisen durch geschmolzen ist jawohl so 1 2 3 4 dann haben wir den mal und jetzt brauchen wir dieses in das in das trail powder noch genau dieses hier ui ui da fehlt uns niederquartz verdammt gut äh haben wir noch niederquartz äh ok tatsächlich muss ich das jetzt abangehen gut oh guck mal hier haben wir einige essenzen gewachsen so hier haben wir auch die potatoes nochmal gewachsen eine vergiftete potato haben wir sogar und das zack und das auch noch können wir auch noch abernten jawollo haben wir wieder fünf essenzen dazu bekommen so jetzt schauen wir mal ganz schnell noch mal rein denn wir brauchen ach stopp zuerst möchte ich mir noch schnell flinten stil machen nicht dass der gast uns das dann auspustet das netter portal ähm flint ein stil haben wir schnell gemacht genau also ein feuerzeug damit wir da nicht im netter gestrandet sind weil das wäre schon in der tat recht recht doof so das netterquartz suchen wir uns dann in der nächsten folge zusammen ich bedanke mich fürs zuschauen lasst gerne ein like da wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und in diesem sinne machts gut bis dann und ciao tsch Bis zum nächsten Mal.